Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Gendermedizin. Und als Gast haben wir Frau Prof. Dr. Ilka Ott, Chefärztin der Medizinischen Klinik 1, Helios Klinikum Pforzheim, Kardiologin, Interventionelle Kardiologin. Frau Prof. Ott, was ist Gendermedizin oder seit wann gibt es das denn? Ja, die Gendermedizin beruht auf einer Bewegung der Frauengesundheitsbewegung, die bereits in den 70er Jahren angefangen hat, darauf hinzuweisen, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ausprägung von Erkrankungen, aber vielleicht auch bei der Behandlung von Erkrankungen und hat darauf hingewiesen. Es gibt ja schon länger auch Beobachtungen, dass Frauen andere Symptome, zum Beispiel beim Herzinfarkt haben als Männer. Und es ist auch bekannt, dass zum Beispiel Arzneimittel anders wirken bei Frauen als bei Männern. Was noch ein ganz interessanter Aspekt ist bei der Entwicklung ist, dass das erste Institut für Gendermedizin wurde 2001 in New York gegründet. 2002 folgte dann ein Gender-Institut am Karolinska in Schweden und 2003 dann in der Charité in Berlin. Das heißt, die Erforschung von diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden, was jetzt Entstehung von Erkrankungen, aber auch Behandlung von Erkrankungen angeht, besteht doch sehr lange. Also schon über 20 Jahre. Das ist ja so dieser Zeitraum von 2001 bis 2003. Aber eigentlich sind die Unterschiede ja schon länger bekannt, wenn man sich daran erinnerte, dass die Beschwerdesymptomatik beim Herzinfarkt schon unterschiedlich ist. Jedenfalls habe ich das auch schon von meinen Lehrern damals mitbekommen. Aber Sie haben was Interessantes gesagt über die Medikamente. Es gibt Unterschiede in der Wirkung der Medikamente bei Männern und Frauen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht voransetzen möchte ich nochmal, dass man sich mal klar machen muss, dass die meisten Studien bei der Entwicklung von Medikamenten an jungen Männern durchgeführt würden, dass auch die ganzen Dosierungen daraus entstanden sind und dass dann auch zumindest früher die großen klinischen Studien überwiegend Männer eingeschlossen würden. Gibt es denn in den modernen Studien jetzt Unterschiede hinsichtlich der Wirkung oder auch der prognostischen Bedeutung von Medikamenten, Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Wenn man sich nochmal überlegt, Medikamentenwirkung, worauf beruht die? Natürlich der erste Schritt ist die Absorption von dem Medikament. Der zweite Schritt die Metabolisierung, die Verteilung in den verschiedenen Körpergeweben und dann natürlich auch die Ausscheidung mit dem Darm oder mit dem Urin. Und da fängt es schon mal an, dass wir wissen, dass bei der Metabolisierung gibt zum Beispiel in der Kardiologie Unterschiede. Beta-Blocker werden metabolisiert über verschiedene Isoformen des Zytochrom P450 und da wissen wir, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt und dass Frauen eine niedrigere Verstoffwechselung haben. Das heißt, sie erreichen höhere Spiegel mit der gleichen Dosis dieses Medikaments. Das heißt, wenn Frauen mit den Dosierungen, die eigentlich für Männer ausgelegt wurden, behandelt werden, haben sie im Grunde eine Überdosierung. Das heißt, die Metabolisierung ist wichtig, die Ausscheidung ist wichtig. Was wir von klinischen Studien wissen, und das ist ganz interessant, da ist es natürlich noch ein großer Handlungsbedarf, die Mechanismen zu untersuchen. Aber von großen klinischen Studien wissen wir, dass zum Beispiel ein bekanntes Herzinsuffizienz mit Medikament des Sacrobythyl-Valsatan war... Interesto ist das, vielleicht darf man das so nennen. Interesto, genau. Das ist vielleicht den meisten ein bisschen geläufiger. Aber da hat man gefunden, dass Frauen da, wenn Frauen eine eingeschränkte LV-Funktion hatten, dann haben die weniger Krankenhausaufenthalte wegen einer Herzinsuffizienz erlitten. Es gibt auch noch andere Beobachten, die geschlechtsspezifisch sind von klinischen Studien. Zum Beispiel haben die Männer bei den SGLT2-Inhibitoren einen Vorteil... Also diesem neuen Diabetes-Medikament bei Herzschwäche. Genau, dieses Empaglyphlozin zum Beispiel oder Dapaglyphlozin, haben sie eine verringerte Mortalität, wenn sie eine eingeschränkte LV-Funktion haben. Frauen allerdings haben wieder einen Vorteil, bei einem weiteren Medikament, was man bei der Herzinsuffizienz einsetzt, des Eplagenon, also Aldosteronanteil genutzten. Und das ist ganz interessant, da haben die Frauen sogar einen Mortalitätsvorteil, wenn sie eine eingeschränkte LV-Funktion haben und schließlich das alte digital ist. Das kennt ja auch jeder, was immer noch eingesetzt wird. Fingerhut, genau. Zur Behandlung überwiegend von Rhythmusstörungen. Da hat man gefunden, dass Frauen sogar eine erhöhte Mortalität haben in einer Studie, die die Wirkung dieses Medikaments untersuchte. Und da könnte man sich gut vorstellen, dass da vielleicht Verstoffwechselungen auch eine Rolle spielen. Aber es ist so, dass wir dann noch weiter forschen müssen. Das bedeutet, der Patient muss aufpassen, der Arzt muss aufpassen in dem, was er verordnet, wie viel er verordnet und muss sehr darauf achten, wie seine Patientin, sein Patient darauf reagiert. Ja, vielen Dank, Frau Professor Old. Es ist noch viel zu tun in der Medizin, in der Gender-Medizin. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Bleiben Sie gesund! Bis zum nächsten Mal.